Friedrich Nietzsche, Liebe als Kunstgriff. Wer etwas Neues wirklich kennenlernen will, sei es ein Mensch, ein Ereignis, ein Buch, der tut gut, dieses Neue mit aller möglichen Liebe aufzunehmen, von allem, was ihm daran feindlich, anstößig, falsch vorkommt, schnell das Auge abzuwenden, ja, es zu vergessen, sodass man zum Beispiel dem Autor eines Buches den größten Vorsprung gibt, und geradezu, wie bei einem Wettrennen, mit klopfendem Herzen danach begehrt, dass er sein Ziel erreiche. Mit diesem Verfahren dringt man nämlich der neuen Sache bis an ihr Herz, bis an ihren bewegenden Punkt. Und dies heißt eben, sie kennenlernen. Ist man so weit, so macht der Verstand hintendrein seine Restriktion. Jene Überschätzung, jenes zeitweilige Aushängen des kritischen Pendels, war eben nur der Kunstgriff, die Seele einer Sache herauszulocken. Vom, cheisiere요, Wom bookendem Vielen Dank.